Hallo, in diesem Film geht es um drei wichtige Themen. Ich erkläre die Themen in leichter Sprache. Die Themen sind Klima, CO2 und Klimawandel. Diese Themen sind wichtig für unser Leben. Für diesen Film gibt es auch Untertitel. Sie können die Untertitel einschalten. Klicken Sie dafür unten rechts auf dieses Symbol. Was ist Klima? Manchmal regnet es und manchmal scheint die Sonne. Das ist das Wetter. Das Wetter ändert sich oft. Forscher prüfen. Wie ist das Wetter viele Jahre an einem Ort? Das Wetter von vielen Jahren an einem Ort nennt man Klima. Das Klima in Deutschland ist meistens so. Im Sommer ist gutes Wetter. Im Winter schneit es manchmal. Es regnet oft. Das nennt man gemäßigtes Klima. Das Klima ist überall auf der Erde anders. Auch das Klima kann sich ändern. Aber das dauert sehr viele Jahre. Das ist ein Bild von unserer Erde. Über der Erde sind verschiedene Gase. Diese Gase sind wie eine Hülle um die ganze Erde. Diese Hülle nennt man Atmosphäre. Die Atmosphäre ist wichtig. Sie ist eine Schutzhülle für die Erde. In der Atmosphäre sind die Wolken. Durch die Atmosphäre sieht der Himmel blau aus. Die Atmosphäre ist auch wichtig für das Klima. Ein Gas in der Atmosphäre heißt CO2. Was ist CO2? CO2 heißt auch Kohlenstoffdioxid. CO2 ist in der Luft. Man kann CO2 nicht sehen, nicht schmecken und nicht riechen. Es entsteht in Menschen und Tieren. Darum ist es ein natürliches Gas. Menschen und Tiere atmen das CO2 aus. CO2 ist gut für Pflanzen. Pflanzen machen aus CO2 ein anderes Gas. Dieses Gas heißt Sauerstoff. Der Sauerstoff ist dann auch in der Luft. Wir brauchen Sauerstoff zum Atmen. Durch das CO2 in der Atmosphäre gibt es auf der Erde ein warmes Klima. Das geht so. Die Atmosphäre lässt Sonnenstrahlen durch. So wird es auf der Erde warm. So können wir auf der Erde leben. Das CO2 in der Atmosphäre hält einen Teil von der Wärme auf der Erde. Das ist wichtig. Ohne CO2 geht sonst viel Wärme wieder aus der Atmosphäre raus. Dann können wir nicht leben. Aber wenn zu viel CO2 in der Atmosphäre ist, dann hält das CO2 zu viel Wärme auf der Erde. CO2 entsteht nicht nur, wenn Menschen und Tiere atmen. Es entsteht noch viel mehr CO2, wenn wir die Heizung anmachen, wenn wir Strom verbrauchen, wenn wir Waren kaufen, wenn wir Auto fahren oder Flugzeug fliegen. So entsteht noch mehr CO2. Wir brauchen viel Strom. Kraftwerke müssen unseren Strom machen. Viele Kraftwerke verbrennen dafür Kohle, Erdgas oder Öl. Das sind fossile Energieträger. Auch für die Wärme aus der Heizung brauchen wir fossile Energieträger. Wenn man sie verbrennt, dann entsteht sehr viel CO2. CO2 entsteht auch, wenn wir mit dem Auto fahren oder wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. CO2 entsteht nicht, wenn wir zu Fuß gehen, wenn wir mit dem Fahrrad fahren oder wenn wir mit dem Rollstuhl fahren. Das ist besser für das Klima. Auch bei Bus und Bahn entsteht CO2. Aber man kann für weite Wege trotzdem mit Bus oder Bahn fahren. Viele Menschen fahren dann zusammen Bus oder Bahn. Das ist besser. Wenn diese Menschen alle alleine fahren, machen sie viel mehr CO2. Zum Beispiel mit dem Auto. Viele Autos machen mehr CO2 als eine Bahn. CO2 entsteht auch, wenn wir Waren kaufen wollen. Eine Fabrik muss die Waren herstellen. Es muss Lager für die Waren geben. LKWs oder Schiffe müssen die Waren transportieren. Für das alles brauchen wir viel Kohle, Erdgas und Öl. Darum entsteht auch viel CO2. Wenn zu viel CO2 entsteht, bleibt viel Wärme auf der Erde. Dann verändert sich das Klima. Das nennt man Klimawandel. Klimawandel ist schlecht für viele Tiere und Pflanzen. Tiere und Pflanzen haben sich an das Klima angepasst. Sie können nicht mehr gut leben, wenn sich das Klima ändert. Und es gibt noch mehr Probleme. Wenn zu viel Wärme auf der Erde bleibt, dann schmilzt das Eis am Nordpol und am Südpol. Das Eis wird zu Wasser und fließt ins Meer. Dann ist im Meer zu viel Wasser und das Meer überflutet die Küsten. Wenn zu viel Wärme auf der Erde bleibt, dann gibt es oft schlimmes Wetter. Zum Beispiel Stürme oder sehr warmes Wetter, bei dem viele Pflanzen nicht leben können. Das nennt man Dürre. Oder sehr viel Regen. Der Regen bringt viel Wasser in Seen und Flüsse. Dann überfluten Seen und Flüsse das Land. Ich fasse zusammen. Kraftwerke verbrennen Kohle, Erdgas oder Öl. Das sind fossile Energieträger. Aus fossilen Energieträgern machen die Kraftwerke Wärme und Strom. Das brauchen wir für viele Dinge im Leben. Zum Beispiel, wenn wir die Heizung anmachen. Oder wenn wir mit der Bahn fahren. Oder wenn wir Waren kaufen. Aber dann entsteht auch CO2. CO2 kann gut sein für unsere Umwelt. Aber wenn zu viel CO2 entsteht, dann verändert sich unser Klima. Und dann passieren oft schlimme Dinge. Zum Beispiel, die Küsten überfluten und Menschen, die an den Küsten leben, verlieren ihr Zuhause. Deswegen ist es wichtig, dass wir etwas ändern. Wir dürfen nicht mehr so viele fossile Energieträger verbrennen. Wir müssen Strom auch anders machen. Zum Beispiel aus Windenergie oder aus Sonnenenergie. Dabei entsteht kein CO2. Es gibt noch einen zweiten Film. In dem anderen Film erkläre ich das Thema Klimagerechtigkeit. Sie können sich den Film anschauen, wenn Sie hier klicken. Wir haben das Thema Klimagerechtigkeit. Wirkliche! Wirkliche! Untertitelung des ZDF, 2020